Und los geht's mit dem Sommersemester. Am Campus Göppingen wurden die Erstsemester von der Fakultät und dieses Mal auch von OB Mayer gebührend begrüßt. Zum guten Start gab es das erste Mal auch zahlreiche Geschenke überreicht. Pünktlich zum Nachmittag wurde es warm und so konnte man sich vom Verband Deutscher Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure mit Essen und Trinken verwöhnen lassen. Übrigens nicht vergessen, kommt alle zur Semester-Opening-Party am Donnerstag, den 16.03. Los geht's ab 19 Uhr im Weberpark Göppingen, da wo der Gastronom-Tresor seine Party-Location hat.